Das Signal ist schwach, Lara. Was ist das? Das ist ein Mythos. Aber alles ist real. Sie sind alle hier. Der Hofstaat von Camelot. Bist du sicher? König Arthus, der den Lenden Uta Pendragons entsprang? Ich habe keine Zweifel an der Echtheit des Grabes, Alistar. Arthus war die Figur des 11. Jahrhunderts, die zur Legende wurde. Der König von Camelot war so real, wie die Luft, die ich atme. Ich weiß nicht, Lara. Excalibur. Das Schwert im Stein. Es heißt doch immer so, oder? Bitte? Schwerter in Steinen, Alistar. Sie sind Teil des Mythos. Es gab nicht nur ein Excalibur und einen Merlin. Wir sehen doch auf der ganzen Welt Schwerter und Steine. Denn es gab sie einfach überall. Du denkst also, dass sie überall Könige erzogen und den Lauf der Menschheitsgeschichte beeinflusst haben? Hm, das ist gut möglich. Wer? Und was ist aus ihnen und ihren Schwertern geworden? Vielleicht sind sie in Avalon. Es spricht nichts dagegen. Allerdings wurde unser Merlin getötet und unser Excalibur zerbrochen und dem gemeinen Volk überlassen. Und wo ist Avalon? Ich weiß es nicht. Vielleicht auf der anderen Seite des Spiegels. Angeblich brachte Bediver Arthus einen Splitter von Excalibur, nachdem die Ritter den Rest verschleppt hatten. Und wohin? Nach Avalon vielleicht? Die Suche nach dem Heiligen Graal. Lancelot, Galat, Parzival und Burs. Ihre Gräber sind leer. Dieses Fragment ließ man bei Arthus, damit er das Mausoleum zu gegebener Zeit verlassen konnte. Vielleicht kann es jetzt mir helfen. Ich habe das Mausoleum zu verletzten. Arthus Pendragon. König der Briten. Ich würde Excalibur nicht nehmen, wenn ich nicht müsste. Ich hoffe, er vergibt mir. Lara, hier oben stimmt was nicht. Alles da, siehst du das? Was? Verdammt, nimm deine Hände. Sip, alles da. Lara! Sip, was ist los? 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 WDR mediagroup Glocken WDR mediagrin WDR mediagroup Glocken WDR mediagrin WDR mediagroup Glocken WDR mediagrin WDR mediagroup Glocken 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 WDR mediagroup Glocken